Danielle werden heute die Mandeln rausgenommen. Hier steht aber was von zwei neuen Hüftgelenken. Oh nein, da muss ein Irrtum vorliegen. Computer sagt nein. Was wollt ihr denn von uns? Gar nichts. Wir peitschen einfach gern. Was für ein Problem hat denn der genau Mr. Stark? Er ist aus dem Weltall und hier um einem Zauberer eine Halskette zu klauen. Ähm, hören Sie, ich komme gerade aus der Notaufnahme und die sagten, ich soll mir den Arm röntgen lassen. Computer sagt nein. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Die Frau, die ich schon geliebt hab, als ich noch gar keine Mädchen mochte. Ich würde gern sagen, dass ich das bin, neben ihr. Ich wär ja schon froh, wenn ich der wär. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Endlich kommt der Arschhoma nach Hause. Oh nein, es ist nur sein Wagen. Computer sagt nein. Ist das stark? Das riecht wie ein Neuwagen hier drin. Gute Reise, Kleiner. Friday, ich schicke ihn nach Haus. Ja. Oh, komm, Sie! Computer sagt nein. Was? Computer sagt nein. Aber Sie haben noch gar nichts eingegeben. Computer sagt nein. Danke Ihnen vielmals. Oh, warten Sie, warten Sie. Oh, ist der etwas schüchtern. Wir haben Fotos von Julia Roberts im Tanga. Da wird doch eins von diesem Spinner drin sein. Setzen Sie eine Anzeige aufs Titelblatt. Cash für ein Foto von Spider-Man. Ich hab sie umgebracht. Ich hab sie umgebracht. Alle umgebracht. Sie sind tot. Ich hab jeden einzelnen umgebracht. Und nicht nur die Männer. Die Frauen ebenfalls. Und die Kinder auch. Sie sind wie Tiere. Und wie Tiere hab ich sie auch abgeschlachtet. Ich hasse sie. Zornig zu sein ist menschlich. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Der Computer möchte den Gentleman auf die Antwort verweisen, die er vor wenigen Sekunden erhalten hat. Es war mal eine Rapper-Tomate. Ganz recht, eine Rapper-Tomate. Sie rappte drauf los. Die Freude war groß. Jetzt kommt's. Die Tomate war ich. Nett. Hey, du musst ein Ablenkungsmanöver starten. Heilige Scheiße. Wir werden alle sterben. Da ist ein Raumschiff. Was ist denn los mit euch Kids? Habt ihr noch nie ein Raumschiff gesehen? Computer sagt nein. Danke. Würden Sie wohl die Hand vor den Mund halten, wenn Sie husten? Das ist ekelhaft. Entschuldigung. Ich werde verfolgt von dem Kuss, den du mir nie hättest geben sollen. Mein Herz schlägt schneller in der Hoffnung, dass dieser Kuss keine Narbe hinterlassen wird. Du bist tief im Inneren meiner Seele und es quält mich. Willst du ein paar Killer-Sticks kaufen? Du willst mir keine Killer-Sticks verkaufen. Ich will dir keine Killer-Sticks verkaufen. Du willst nach Hause gehen und dein Leben überdenken. Ich will nach Hause gehen und mein Leben überdenken. Ich will gerne eine Kreuzfahrt um die Welt machen. Start im März, Rückkehr im September. Alles erster Klasse für etwa 700 Pfund. Computer sagt ja. Das ist toll, Vielen Dank.